Willkommen zurück in der Garage, genau. Modding Garage. Wir bauen gerade Duplex Auspuffanlage ein. West Coast Customs. Hier, 25 Zoll Felgen, hier, hier. Geht gut ab. Das Wetter hat sich nicht gebessert. Ich gehe mal raus mit Regenschirm. Schau mal hier, Steuerung. Steuerung, Observatorium. Wir müssen ja nach Tau. Genau. Außer Betrieb, Observatorium. Außer Betrieb, dann geht ja nur Tau. Lädt, okay. Dann werde ich wahrscheinlich einsteigen müssen. Halt, bleib so. Beziehungsweise, bleib da. Hinterher rennen wohl. Okay, oder hinterher rennen. Oder? Ja, muss ich ja wohl. Weil ich glaube nicht, dass in der rein passt. Geh her, du. Ist das ein Schutz, der schießt wahrscheinlich auf irgendwas, oder? Ich würde sagen, der große Vorteil ist, dass der nicht hat. C3PO, bitte kommen. Ich komm nicht hinterher. Ja. Ja, ohne den wusste ich ja gar nicht, wohin. Bei dem Sturm. Lustig ist, dass der nicht abdriftet bei so einem Sieger. Oh! Oh! Ein Frake! Schnell weg! So viel zum abdriften. Licht, 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 äh, 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 äh. Und jetzt? Schauen wir da, wo bin ich noch mal da und da so entlang? Oh, das ist das Einzige, was wir haben an Licht. Ja. Aber da bin ich noch hergekommen. Aber das war kein Grundlicht. Da muss ich wahrscheinlich sein, ja. Was ist das? Das ist das Licht. Was macht das? Das ist euch wie früh. Rein. Die spinnenverseuchte Höhle. Ich hab doch so Angst vor Sperren. Ich tu euch nichts. Nein. Ihr seid, ihr, ihr brav, ne? Brav. Ja, ist das eklig. Flashlights on. Okay, würdest du links oder rechts gehen? Ich würde links gehen, weil da ein grünes Licht ist. Aber die Neugierd drängt mich nach rechts. Ah, ich geh mal links. Oh, ist das eklig. Äh, jetzt wieder. Aber ich denk, da ist zu, ne? Ja. Da ist doch, schau doch aus wie... Oh, ich... Du hast ja recht, ich denk... Wir müssen hier... Ah, ja. Da ist auch wieder grün. Äh, bin ich da nicht rein gegangen? Äh, nein, oder? da ist ein Kabel, dann folgen wir mal dem Kabel Toll, das ist jetzt, naja gut, aber wir haben hier blaue Lichter Puh, das ist schon heftig hier Oh Gott, da steht er, ich laufe, ich laufe, ich drehe mich nicht um Alala, er hat mich nicht gesehen Da guck, da guck, da guck, da guck, wie ein, das Gehirn, das ist echt gut, also Streichel Spieltel, ich guck ihn selbst Ah, jetzt wird's doch lang Jetzt seh ich irgendwie doppelt, links und rechts, ich kann auch links und rechts, oder? Ja, wohin, rechts, links, oder rechts ist doch Ich gehe einfach geradeaus, weil dahinten ist eine Tür Tschüss Boah, mach zu, mach zu, mach zu Oh, 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 weiter Omnitool Deine ebische Musik legt sich über das Spiel Und wir kommen in unserem Ziel, Schritt für Schritt näher Lichter flackeln, blubbelblasen, blubbern Schöne, frische Containerluft Oh Gott, hier war auch schon einer Ja, er hat sich ein wenig an dem Gehirn Ja, er hat sich ein wenig an dem Gehirn Nur an dem Gehirn Auf jeden Fall die Tür Ich bin nie mehr glücklicher, dass ich da drin bin Lass uns den Arken finden Oh, 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 oh Warum überall immer dieses Blutverschmierde Beziehungsweise, ja, äh Struktur Willkommen in Tau, was ist los Sind Sie alle okay? Was ist hier passiert? Wir haben seit echtem Essen geflogen Leute haben sich getrennt Ich habe es nicht von jemandem gehört In Monaten No shit, they all think you're dead down here Some failed evac story circulating at Omicron Oh Gott Listen son, we're on an important mission And we need your help to operate the Omega space gun When it's done, we can all head back up the plateau But now we need to get moving Of course Head on through to the habitat We shut off the front section to preserve power Alright, see you soon Interessante Name Die Omega space cannon Ja Kuckuck Ja, lecker Buch Wasser Endlich Wasser Hört sich gut an Okay, machen wir mal schön zu Dann ist hier eine Konsole Was haben wir denn Anzugstatus Aufzugstatus Signalverlauen Signalverlauen Aktiv Tau Schon mal gut Wirklich? Das ist es gut ist? Wir sind doch in Tau Ja, aber Ein Anzug ist aktiv Na ja Na ja Finden wir jetzt einen Überlebenden Oder haben wir einen neuen Freak an der Backe Letzteres Aber Wir spielen hier ein Horrorspiel Und dazu gehören ja Freaks Auf Lob zugreifen Nichts Persönliches hier Orten Wo ist denn unser Freak? Da oben Oder sind wir das jetzt? Climber Station Climber Station Das ist also das, wo wir runtergekommen sind Tau, wir sind hier Ja Und einer befindet sich in der Climber Station Und einer in Omikron Wenn das Dreieck eine Person darstellt Oder die Aufzüge, die drei Anzüge sind Genau Aber da haben wir noch drei Kreuze Ja, Friedhof Ja, wahrscheinlich Du, gut Die Konsole ist dann somit hinfällig Da lässt sich auch nichts öffnen, ne? Okay Emergency Emergency Pole S3 So Dann gehen wir mal weiter Speicherpunkt Ist die richtige Richtung Ähm, heilen Das heißt auch nie was Abstand halten Wo ist die Luftschleuse? Hier oder hier oder hier? Äh Oha 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 Mach mal Mal zu Ja, genau Kannst du noch nichts bringen Kommen Das, was ich nicht hören Achso Ja Lecker Eier, ne? Oh Gott Gut Hier herrscht Chaos Da ist doch ein kaputtes Omnitool Was ist da? Wir können aber die Räume absuchen Die hier wahrscheinlich hell sind Weil die gestrichelten sind zu Oder geflutet Schaut so aus Ja Genau, das könntest du gleich mal direkt schauen Weil dann, da haben wir den ersten Raum Ja Okay Dann ist hier Ist hier noch was Überknüpfen Ne Was haben wir hier Einen kaputten Roboter Kann man aber da was einsetzen Okay, dann geh ich mal hier wieder raus Und geh in den rechten Raum gleich Genau Ah ja Da ist also Theorie hat sie bestätigt Wie sie bestrichen ist Ja Dicht So, dann war ja hier nochmal ein Raum Okay Der schaut auch nicht so furchtbar aus Da ist wieder das Laboratorium gerade Genau Das schaut nicht gut aus Aber gibt es auch nichts weiter zu holen für uns Hier schaut aktiv gerade aus Aber da müssen wir durch Ja Das wird die gelbe Tür sein Das war dieses rechts, genau Ja, wir machen es ein bisschen spannend Wir machen zwölf oder wie oft Sechs, acht Stück Ich geh mal ein Stück zurück Vielleicht auch ein Schritt rechts Ich geh mal gleich Das ist wieder so ein Typ Ja Geh mal weg von der Tür Kam der jetzt hinter dir her? Ich glaube der ist Okay, wenn der jetzt links kommt, gehe ich rechts rum Es klingt so, als ob man links stehen würde Ja Weil ich kann dann umgehen, wenn ich jetzt weiß, woher kommen wird Ich kann ja nicht, weil da so ein blöder Der ist bestimmt da hinten in den linken Raum drin Wenn ich jetzt renne, durch die dicke Tür durch Ein, drei Dann hier links Und dann wieder links Ja Ja Sag mal Gott Dann geh mal irgendwo anders hin Weil du bist ja in der Sackfeste Wenn der jetzt doch uns eben auch geschlagen wird Kommt Das klingt wie das, als ob die direkt hinter dir stehen Na ja Oh, das ist voll schon eklig Kannst du den Stuhl irgendwie vor die Tür stellen? Der kommt, der hat man Ja, ja Ich glaube, da mache ich wieder fünf Wer kommt? Aber wo? Ich denke, er kommt da gerade aus Oh Gott, ist das eklig Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr Ich bin so viel um die Ecke krank Ich weiß gar nicht mehr, wohin ich rennen müsste Wenn du jetzt, wenn du dich draus gerade ausbrust Aber jetzt ist er, glaube ich Jetzt kommt er wieder Ich denke, wenn du rausgehst, müsstest du links Ja, ja Oder? Ich glaube schon Wir sind rechts abgebogen, dann fahren wir in den Baum Ich denke schon Was gibt's da eigentlich? Schau mal, Alter mal Los, wo wir mal rein Okay Geh mal fix auf die Karne drauf Welche Karne? Auf dem Zürfeln Ach, ach, die Tür geht auf Die Tür geht auf Geh auf Okay, ich bin doch glaube ich von da hinten Von da sind wir gekommen Umdrehen, umdrehen, umdrehen Wo? Dahinter? Und die nächste geht links Und dann die nächste geht wieder links Jetzt links? Nein, da warst du Ich lauf da Da links? Da links Und da hinten wieder links Genau Und jetzt? Geradeaus, rechts Nein Oder da geradeaus? Glaube ich nicht Wetten das Nein, da wette ich nicht Woher warst du das? Na, weil wir reingegangen sind Links, links Und haben die Tür geöffnet Und dann haben wir gesagt Wir gehen weg Weil der Tür wieder war Toll Boah Heftig, hey Ja, komm mal zu Oh Oh Oh, oh, oh Ah, der Blumenschirm Jetzt bin ich unten Weh, der steht jetzt vor der Tür, hey Boah Schleicher Punkt Wahnsinn, echt Ich hab mich jetzt noch nicht zurecht gefunden Warns Autsch Das ist schon wieder Oh, nee Nee, nee, nee Ah Mach zu, mach zu, mach zu, mach zu Na, hallo, ne, hallo, ne Ja, hallo Jetzt hab ich da oben Ich hab vor lauter Hektik Natürlich jetzt nicht mehr Oben diese Karte Und das Ganze checken können Mehr, wunderbar Also, da musste ja Da musste ja auch sick sein Fletcher, Fletcher Gut, er hat ja gesagt Er bereitet sich vor Gibt es da so viele Türen, hey Komm, lass die Spielchen Jetzt waren wir hier ruhig, ja Also Geh's mir jetzt mal ein Snick Was ist das? Äh, krank dafür? Äh, nicht so Mal grad schauen, hä? Das ist natürlich jetzt fraglich Aber Okay, da kommen wir gar nicht Okay, da ist noch jemand Du kannt mich mal Ich komm schon rein Lässt mich da mit dem Freak außen allein Wer ist da der Freak? Sie oder er? Unmenschlich Jetzt nicht Ja, ja, ja Ich geh ja wieder Wenn du mir das gibst, was ich Was steht denn überhaupt auf dem Tisch? Nix gescheits, ne? Webcam Telefon, Mann Hier Ne, okay Ähm Ja, dann klappern wir mal jetzt mal eine Tülle nach der anderen ab Genau Oh, manchmal hätte ich gerne eine Knarre Ja, das mach ich mal nicht Lecker rasieren, ne? Okay Oh, ich war kein Spiel Ein sprechender Klo Hallo, ich bin Mr. Deckel Okay Ja, lassen wir gleich mal offen Ja, dann müssen wir oben Oh Gott Wieder ein verlassener Oder zwei verlassene Ja, jetzt, ne? Hey, versuch nicht, es zu denken Mein ganzes Leben Ich bin ein guter Mann Okay Wir haben uns verabschiedet, Sarah Da, da, da Wir sollten aufgerufen haben Wir haben die Chance Es gibt Zeit Wenn Ashken sagt, wir können wieder versuchen Wenn Dinge aufgerufen werden Du musst es tun, du weißt Du musst es tun Du musst es tun Okay Okay Linwall Das war die, die oben noch Oder kann ich dazu Oder? Ja 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 Und gibt es anscheinend auch fliegen Wusstest du es? Mhm Gut, also mittlerweile muss ich sagen Mache ich glaube ich wahrscheinlich keinen Schrank mehr auf Ja, da ist eh nie was drin Kein Sinn, aber Wahrscheinlich den einen, wo wir es dann nicht machen, da werden wir jetzt nicht mehr drücken Ja Äh Ne, dann mache ich halt Mein Gott Vielleicht ist ja auch manchmal was zum lesen drin, aber Stressball Kannst du nichts für ihn? Nein Wir sind aus sedatives Wenn wir eine Schreie haben, das wäre die Zeit, um es rausz Ich habe nicht erwartet, dass es so endet wie das Ich sollte den Climber zurück nach Omicron Without the Ark Forget about the Ark Nein, du kannst nicht sagen Das ist die einzige Sache, die Wert ist, du kennst das Ja, ja Ja Ich versuche, du wirst es nicht verlassen Wir werden jeden Tag Dann werden wir uns wieder Wir müssen es sicher sein, bis dann Wir wollen die Wilder nehmen und schlafen es whole Ich bin sorry, Katharine Es geht nicht, Ian Es geht nicht, Ian Es geht nicht, es geht nicht Es geht nicht, es geht nicht All out. Jeder bereut's. Ja. 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 Jo. Winkie sie. Nee. Okay. Du bist so Hanna Kumo, oder? Ach, das war die Tür, wo ich doch rein wollte, ne? Warte. Wo gehen wir jetzt hin? Ich heim mich gerade einmal. Achso. Ich habe jetzt das Bedürfnis. Perfekt. Weil dann sollte. Ich würde einfach mal runter gehen. Ja, ich muss runter, ne? Weil es gibt ja nichts anderes mehr hier. Okay. Nein, hat es gebraucht. Was tropft hier so eklig? Das bin ich. Ist da ein Knopf? Ja, da ist ein Knopf. Ja. 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 Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. BÄX! Oh oh Jetzt muss doch der blöde Lüft gehen Komm Ah Oh, der Wagen Okay, was Mmhm, Place Cargo hier Dann fehlt uns die Fracht, was ist die Fracht? Lass ich jetzt nicht, was das, oder muss ich nicht, äh, ne Irgendwas fehlt mir Ja, dann müssen wir wieder hoch, ne? Gut, uns fehlt eine Fracht, ähm, wir werden in der nächsten Folge schauen, wo die liegt und gehen dann weiter Ich wünsche euch was, bis dann Adieu